Oh, Schlachtbank ist doch mein Stichwort. Ich hatte dafür allerdings ein paar lügende Verräter im Sinn. Nennt uns wie ihr wollt. Worte bedeuten nichts. Was zählt, ist allein der Plan. WTF? Ihr und diese einfältige Bestie werdet den Kampf bekommen, wegen dem ihr gekommen seid. Körnel, gehen wir es an. Oh, sie sind aber optimistisch, sind die zwei. Ja, ok, Sif? Ich weiß nicht, wenn ich mir das Sif hätte. Ich weiß nicht, dass das Sif ein bisschen mehr Aua Aua machen kann. Was? Lachen ist süß. Sterbt! Wer es hat, der S-I-Arcus? Wunder sie schlagen. Ich habe zu überlegen. Oh ja. Ich habe schon gesehen. Sie gehören euch, Darock. Wir sind zu weit gekommen, um jetzt aufzugeben. Okay. Ich kann doch von mir für erst. Ich habe gesagt, das ist schlimm, dass ich das Sif da nachzubringen. Ich weiß, da kann man auch ordentlich schuld machen. Jetzt habt ihr sie, Arcus. Wir retten die Galaxis. Wir retten die Galaxis. Sie haben keine Chance. Lukas wird in Ordnung, ist sie gut klugen. cups zu schuldigen. Wir sind zu weit gekommen um das jetzt aufzugeben. När ich fest den ning auch hier schuldig werde. Ich komm vielleicht vier Quässen. Ich kenne vier Quäste, sie sont das. Wir kann doch eins sticks und ich kenne mich Frauen, die sind vier Quästen, den vier Geplänkern aus. Den sche. also das sind vier Quests glaubt ihr ihr kommt damit davon? oh ja bei Zugang zu verbinden muss man mit Wookiee das ist wie kann das sein aber wenn wir alle gewöhnen gehen werden und ihr habt ja schmullock eigentlich ja wir haben keine Chance ihr seid tot na das ist so ein Ding wirklich leicht das schmeckt zwar noch nicht was hast du denn gehealt? den Hunk ah ja 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 Ich muss das mal aufnehmen. Ich muss das mal wegnehmen. Und ich muss das mal wegnehmen. Ich muss das mal wegnehmen. Ich muss das nicht mehr wegnehmen. Okay Hä? Jetzt hab ich wieder wo schon Wo ich jetzt mal in den Sport schlagen Hört sich so total cool aus Whatever Ich hab hier mitgepackt Ähm Ich hab hier mal bei Eusern Kleinen Mannicus halt Und guck mal wer zu eusste Sohn holen Wie gut wir waren Ich weiß Darok und Arcus haben bis zum Ende gekämpft Wir werden keine Informationen von ihnen erhalten Verstanden Verflucht Ich muss meinem Herrn zustimmen Als Leichen Sind sie wesentlich vertrauenswürdiger Ich Spüre etwas Wir sind in Gefahr Oh Oh Und da ist sie flott WTF Mehrere Sensor Kontakte Großkampfstiffe kommen aus dem Hyperraum Keine Identifizierung Eins von ihnen nähert sich schnell Ah Arcus und Darok waren wertvolle Verbündete für meine Sache Aber ihr Tod wird das was kommt nicht verzögern Diese Stimme Er ist es Rivan Ah Rivan ist tot Meine unendliche Armee hätte so viel erreichen können Aber ich habe noch andere Waffen in meinem Arsenal Ja Rivan Das wird jetzt hin Ja Es hieß ihr seid tot Stimmte das etwa nicht? Nur zum Teil Wenn ein Ziel wirklich wichtig ist Lernt man wie man jedes Hindernis überwinden kann Ich habe eine ganze Legion von Anhängern Und sie wird mit jeder Stunde größer Während immer mehr Leute die Wahrheit der Galaxis erkennen Der Imperator konnte mich nicht bezwingen Selbst der Tod konnte mich nicht aufhalten Ich werde beenden was ich begonnen habe Und ihr werdet mir nicht noch einmal in die Quere kommen Sie laden die Waffen auf Verschwinget dort Schnee Ja Ja Sorry So Ziele Wir können euch in Jakaros 5 nicht erreichen Nehmt die Fähre Okay Ja Ja Ich hab sie mit der Fähre Und sie hat doch nicht Schleif' Ja Das ist ein Dom? Ist das Das ist nicht grand Ja Aber was ist das was istA Da ist die Musik Eine Musik Okay, klappt so. Ja, der Revan kann eigentlich nicht sein. Persönlich. Der Revan kann nicht nur sein. Der Revan. Ich weiß. Ich müsste jetzt schon permanent. Ich gucke einfach weiter das. Wir hoffen, dass unser Inventar Ihren Wünschen gerecht wird. Okay, sind drei. Vielen Dank für Ihren Besuch. Nein. Hopp. Weg. Kommt. 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 Hallo. Ah, da, da ist ein Pad. Oh, wie schlecht. Kommt. 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 Ilde, ich habe nichts gemacht. Genau. Okay. Sicht einfach, ja. Genau gut. Genau gut. Wir haben das recht. ich wusste doch dass er mal recht gibt es gibt es mal da könnte man die volle schei hochschnecke aufhacken und da wäre das gewinnt und dann tschüssi kaufskja von mir ein wunderschönen have a nice day